Jobcoach Hamburg sagt Hallo. Hallo. Heute möchten wir uns mit Frau Münkert unterhalten. Frau Münkert, herzlich willkommen. Danke, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Dankeschön. Frau Münkert, Sie haben an unserem EDV-Kurs teilgenommen. Ja. Möchten Sie uns erzählen, was hat Ihnen dieser EDV-Kurs gebracht? Ja. Wie ging es Ihnen vorher und wie geht es Ihnen jetzt? Ja, ich konnte vorher gar nichts vom Computer irgendwas schreiben oder ich konnte gar nichts vom Computer. Und jetzt, ich weiß, wie geht das Ahnen aus und kann man schon wie schreiben, wie kann man schon Brief schreiben, wie kann man schon Tabelle machen oder ja, ich habe schon echt viele gelernt. Würden Sie sagen, dass, was Sie an dem Kurs alles gelernt haben, auch in Ihrem Job umsetzen? Ja, natürlich. Ich konnte vorher gar nichts. Ich habe immer mit meinen Kindern gefragt, können Sie bitte helfen und dann, die haben immer immer keine Zeit, aber jetzt kann ich allein alles machen und mache ich auch. Das freut mich. Ich auch. Würden Sie anderen Eltern den Kurs empfehlen? Ja, natürlich. Ich habe viele Bekannten, die können gar nichts mit dem Computer anmachen, auch nicht. Aber kann ich meinen Freundkreis, meinen Arbeitskreis, kann ich empfehlen natürlich, gerne. Hatten Sie Ängste vorher, wo Sie gestartet haben? Ja, ich hatte schon Ängste, weil meine Kinder, die wissen schon, wie ist das Computer oder Laptop, kann man schon reingehen, aber wenn ich hatte schon immer versucht anmachen und die nehmen sofort von meiner Hand weg, aber jetzt alles okay, ich kann, ich hatte schon gezeigt, wie kann ich, wie kann ich, wie hatte ich gelernt und dann, ich kann jetzt anfassen, komm, Füter zu Hause oder Laptop, ja. Sehr schön, das freut mich. Ich auch. Dass Sie hier zuversichtlich drangehen. Frau Münkat, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich denke, ich danke auch, danke schön für alles, ich habe viele gelernt, echt. Gerne und Jobcoach Hamburg wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Beruf. Liebe Zukunft. Danke schön. Danke schön. Ich danke Ihnen auch. Danke. Tschüss.